Das hat sonst einfach nie reingepasst, aber es ist so gut, das muss einfach mal gesagt sein. Denn in der Kunst, in der Liebe und im Rock'n'Roll sollte das Ganze größer sein als die Summe seiner Einzelteile. Sonst ist es nicht mehr, als zwei Stöcke aneinander zu reiben, um Feuer zu machen.